hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge farmers live so wir sind im letzten feld am walzen wenn das gefälle sind beziehungsweise das eine wo ich eben stroh reingefahren habe das ist ja nicht so tragisch da kommen wir noch ran damit jetzt ein mulch noch mal gucken was ich noch ansehen kann wie gesagt ich würde gerne raps ansehen stroh habe ich jetzt ziemlich auch nicht und für meine hühner brauche ich weizen wenn ich die habe die biogarn amal ich da war ich dann einfach die lage ich habe die wickler mal dann fährt die ab da kann ja irgendeiner der die big adam macht er kann mir mal abkauft und ansonsten verkaufe ich sie so ich werde auf jeden fall meinen video kinder wenn ich benutzen ich habe mich vor der gekauft er weiß ich gar nicht mehr ich habe mich vor der auskommt das ding mal nebenbei laufen lassen das geht doch gar nicht mit aber freunde wenn ihr mitmachen wollt hier und erfahrungen machen wollen oder kriegen wollt könnt ihr gerne mitmachen hier bei dem projekt und auch bei mir bei den projekten nur bei mir müsste halt eben dürfte keine konsole haben dann müsste schon mit pc technik anrufen weil ich habe zu viele skripte und so kam drauf da geht kein crossplay aber kann euch durchmelden für polski oder grünland clique 18 wäre super oder 17 genauer wann an demnächst 18 werdet aber bitte mit pc bei dem projekt hier beim marco ist egal kann doch mit genau 4 oder wie das ist aber bei mir in dem projekt geht es nur mit pc für das projekt hier heute einmal die woche zeit und für meine projekte auch nur eine woche zeit da wird auch nur alle zwei wochen oder so aufgenommen weil wir jede aufnahme mehrere aufnahmen hinkriegen also da wird nicht jetzt jede woche zwei drei mal aufgenommen das brauchen wir nicht muss ja noch ein bisschen freizeit haben ich sehe die spur gar nicht das ist ein bisschen blöd hier ne ich sehe die also Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da war irgendwas noch ziemlich weg. Was war das denn? Hier und wo muss das sein, ne? Hier so? Eine Gugel? Oh, keine Ahnung. Da hab ich mal wieder hochgefahren. So muss man hier von der Seite, so ein Diebens, ne? So, dann hier hinten. Passt. Ah, jetzt siehst du alles weg sein. Perfekt. So. Wunderbar, so können wir es lassen. So, jetzt machen wir hier. Wir müssen mal gucken, womit ich jetzt. Mulche. Und womit ich jetzt ansehe gleich. Einfach hin. Ein Stück. Ein Stück. So. Das muss ja alles geflügt werden. Das muss ja alles geflügt werden. So. Das geht ja auch nicht. Der Mulcher muss ja auch noch ein Problem. Ah, so ein Zirkus. Mach ich das denn? Ein Stück. Das ist ja bis. Ah, so. Wie ist denn? Ach. Das war's für heute. Und noch mal aus. Oh, was das staubt hier, leckt den Stromarsch. Jetzt will ich den Wendekreis von dem Star Trek auf jeden Fall den Wendekreis gewöhnt. Das andere ist jetzt hier der Panzer. Befe kann bei mir den Kramer oder den hier mit holen. Und der kommt weg. Ich habe auch noch den Hofdruck. Ich habe sechs, ich möchte neun kaufen. Zwei neun. Fünf Trek ab jetzt. Und los. Das ist ja Quark. Aber den Linkstrax da, den Systemtrax, so heißt der. Da habe ich mich schon ein bisschen reinverkundet. Jetzt nicht optisch, aber der ist sehr praktisch. Überaus praktisch. Sehr, sehr praktisch. Das ist ja Quark. Hier hängt alles mit. Zack, zack. Alles in meinen Feldern. Ich brauche euch gehört. Oh, heute viel gearbeitet. Wurden wir nicht gestört hier. Kein Morgenstern, kein Besuch, keine Dunkelschwitzereien hier. Oh, Freck, das war Pips. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ok, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Wie ist es? Du, 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 du. Schöne technische Arme wird das hier. Das muss ich jetzt nur so sagen. Das muss ich jetzt nur so sagen. Zumindest macht der Mulcher und die Walzen hier immer ein bisschen Meter. Das hat der alte mal gut eingebaut. So, das ist auch fertig. Dann wird das so gut gut angesät und dann zurückgezogen. So. Und hübsch. So. Dann bringen die Halle. So. Habe ich rum hier. So. Habe ich mal liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da an. Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt TeamSpeak vorbei. Dann habe ich die Videobeschreibung. Denkt dran beim Da Capo und beim Tocco Brüssel vorbeizuschauen. Wenn ihr mitmachen wollt, entweder im TeamSpeak melden bei uns oder hier im Discord beim Tocco Brüssel und dann seid ihr schön dabei. Kommentare nicht vergessen. Däumchen vergessen. Und Abo nicht vergessen. Dein Haut rein. Tschüss.